Du arbeitest jede Woche hart mit deiner Mannschaft, aber ihr macht einfach nicht die richtigen Fortschritte. Und das liegt höchstwahrscheinlich daran, dass dein Training einfach noch nicht gut genug ist. Mit den 5 einfachen Schritten aus diesem Video wird dein nächstes Training bereits viel, viel effektiver. Deine Mannschaft wird über die komplette Saison lang viel, viel größere Fortschritte machen. Der erste Punkt ist Trainingsplanung wie ein Profi. Du planst ab sofort jede Trainingseinheit einen Tag vorher. 24 Stunden vorher Trainingsplanung aus zwei Gründen. Erster Grund, du kannst dadurch festlegen, dass deine Spieler sich ordentlich rechtzeitig einen Tag vorher abmelden müssen, damit du in Ruhe dein Training planen kannst. Das kannst du deinen Spielern so verklickern, dass du sagst, ihr wollt von mir das möglichst beste Training bekommen. Damit ich euch das möglichst beste Training liefern kann, muss ich mich ordentlich vorbereiten. Damit ich mich vorbereiten kann, müsst ihr euch ordentlich absagen, damit ich weiß, mit welchen Spielern, mit wie vielen Spielern pro Position, mit wie vielen Spielern insgesamt, ich arbeiten, rechnen kann etc. Das ist die erste Sache. Dann die zweite Sache ist, falls irgendetwas dazwischen kommt an deinem Trainingstag. Wenn du geplant hattest, du arbeitest von mir aus von 9 bis 17 Uhr, du hast um 19 Uhr Training und nach der Arbeit wolltest du nach Hause fahren, in Ruhe was essen, Training planen und zum Training fahren, los geht's. Was kann sein? Du kannst eventuell, musst du eine halbe Stunde, eine Stunde länger im Büro bleiben oder du stehst im Berufsverkehr oder da ist ein Unfall, du stehst länger im Verkehr. Du machst Essen, dabei geht irgendetwas schief. Es können so viele Sachen dazwischen kommen oder deine Partnerin, dein Partner, deine Kinder, irgendjemand möchte etwas von dir, dass du nicht die ordentliche Ruhe findest, nicht die ordentliche Zeit findest, um dein Training zu planen. Und schon stehst du da unvorbereitet in der Halle und dein Training kann nicht optimal laufen. Also immer einen Tag vorher planen, damit das überhaupt gar nicht passieren kann. Der zweite Punkt ist ein roter Faden vom Aufwärtsspiel durch die ganze Einheit bis runter ins Zielspiel. Das heißt, du suchst dir ein Thema aus, das Thema kommt im Optimalfall aus deinem Jahresplan. Du hast einen Jahresplan festgelegt, wo du genau weißt, an welchen Schwerpunkten du in der ganzen Saison arbeiten möchtest, damit du mit deiner Mannschaft das erreicht, was ihr als Zielvorgabe ausgegeben habt. Aus diesem Monat oder aus diesem Jahresplan hast du Schwerpunkte für jeden Monat, hast du Schwerpunkte für jede Woche und dann hast du zwei oder drei Einheiten jede Woche, um an diesen Schwerpunkten zu arbeiten. Das heißt, du hast ein Thema aus dem Jahresplan. Das Thema greifst du im Aufwärmspiel bereits auf. Das heißt, wenn du ein Thema hast, zum Beispiel ein Abwehrthema, dann setzt du im Aufwärmspiel Reize für die Abwehr. Wenn du ein Angriffsthema hast, zum Beispiel mit Sperren, dann setzt du einen Reiz, dass Sperren direkt im Aufwärmspiel belohnt werden. Auf jeden Fall setzt du genau so den Reiz, dass dein Hauptthema bereits im Aufwärmspiel belohnt wird. Dann machst du ein Torwart einwerfen, was aus einer ähnlichen Situation ist. Wenn du, wie gesagt, ein Abwehrthema hast, dann hast du zum Beispiel einen kurzen Zweikampf, wo die Abwehr verschiedene Bewegungen macht, schon mal das Abwehrthema spezialisiert und danach wird der Angreifer erst durchgelassen und aufs Tor geworfen. So kannst du das wunderbar machen. Und in allen, so zieht sich das Thema halt von oben nach unten komplett durch. Grundübungen und Grundspiele sind natürlich klar. Das ist sowieso immer der Kern deiner Trainingseinheit. Aber auch im Passkontinuum, auch im Torwart einwerfen, auch im Aufwärmspiel sollte dein Thema schon mit drin sein. Der nächste Punkt sind dann ein bis zwei Korrekturschwerpunkte pro Einheit. Nicht mehr. Du suchst dir eine oder zwei Sachen aus, die du in jeder Übung, in dieser Trainingseinheit korrigieren möchtest. Nicht mehr. Ja, ich weiß im Amateurhandball, es gibt so viele Baustellen vermutlich in deiner Mannschaft, dass du gerne alles korrigieren möchtest. Aber wenn du dich wirklich beschränkst und wirklich auf ein, zwei Sachen fokussierst, dann hast du es als Trainer leichter. Du musst dich nur darauf fokussieren. Für deine Mannschaft ist es auch leichter, weil sie wissen, okay, genau hier geht es jetzt darum, das ist der Fokus der Trainingsanheit. Hier bekomme ich Feedback und hier verbessere ich mich jetzt. Und es ist viel, viel besser, wenn ein Spieler 30, 40 Wiederholungen mit Feedback zu einer einzigen Bewegung, zu einem einzigen Schwerpunkt hat, als wenn er zwei Korrekturen hier hat, drei zum Angriff, vier zu der Abwehr, zwei dann zum Timing, hier dann zum Abstand, zum Gegner. Dadurch kommt viel, viel weniger Verbesserung zustande. Also ein oder zwei Korrekturschwerpunkte pro Einheit. Diese planst du schon direkt per Übung mit bei. Das heißt, in der Trainingsplanung schreibst du dir bei jeder Übung hin, was du korrigieren möchtest und du kannst bereits sogar einzeichnen in deine Skizze, wo du dich als Trainer positionieren möchtest, um optimal diese Korrektur geben zu können. Dann musst du bereits eine hohe Wiederholungszahl einplanen. Ganz einfache Faustregel, die Höhe deiner Wiederholungszahl, also je höher die Wiederholungszahl ist, plus je höher deine Korrekturfrequenz ist und je höher die Qualität deiner Korrektur ist, diese drei Punkte, die machen quasi den Fortschritt von deinen Spielern aus. Das heißt, in deiner Trainingsplanung guckst du schon bereits so, wie kannst du dein Training planen, dass du eine möglichst hohe Wiederholungszahl hast. Wenn du sehr viele Spieler hast, kannst du den Aufbau einmal, zweimal, dreimal, viermal machen. Wie kriegst du das hin? Kannst du vielleicht auf einer einen halben Hälfte bereits den Aufbau machen, auf der anderen halben Hälfte ist ein ähnlicher Aufbau, der das gleiche Thema nochmal ein bisschen anders aufgreift. Guck auf jeden Fall, wie du bereits in der Trainingsplanung deine Wiederholungszahl maximal in die Höhe schraubst. Dann, ganz, ganz wichtig, plane bereits Alternativübungen und Varianten zu deinen Übungen mit ein, zwei kurzen Stichpunkten in deiner Trainingsplanung mit ein. Du weißt nie, ob nicht vielleicht zufällig doch noch kurze Trainingsabsagen kommen oder sich Spieler verletzen, dass du irgendwie improvisieren musst. Und improvisieren ist schön und gut, wenn man das kann, aber es ist immer deutlich leichter, wenn man sich vorher schon mal Gedanken darüber gemacht hat, was passieren könnte und wie ich dann ausweichen kann. Also zusätzlich, wenn etwas mit deinen Spielern passiert, aber auch, wenn eine Übung nicht so funktioniert, wie du es dir vorher gestellt hast, sie zu leicht ist oder es zu schwer ist, wie du diese Übung dann anpassen kannst, dass du trotzdem noch den Schwerpunkt trainierst, nur einfach mehr auf den heutigen Tag zugeschnitten. Es gibt auch immer mal eine Mannschaft, die an einem Tag mal besser ist als an anderen, irgendwas flowt einfach nicht mal, ist der Wurm drin, das kann passieren, dann ist es einfach gut, wenn du vorbereitet bist und immer eine kleine Alternative im Kopf mit drin hast. Und der letzte Punkt ist dann Torwarttraining. Du solltest direkt Torwarttraining ins Mannschaftstraining mit einplanen. Entweder du hast ein Torwarttraining oder du hast einen Helfer, die mit den Torhütern ein Training machen, oder im Mannschaftstraining, dass du, wenn du alleine Trainer bist, dass du gleichzeitig mit allen trainierst, kannst du wunderbar deinen Schwerpunkt mit Wurfübungen kombinieren. Und die Wurfübungen sind mit Wurfmustern kombiniert mit Torwartübungen, die immer vielleicht eine Sonderaufgabe machen und dann nach diesen Wurfmustern halten. Das kann man alles wunderbar miteinander kombinieren, wenn du dir vorher ein bisschen Gedanken darüber machst und klar machst, okay, ich möchte heute Torwarttraining machen. In jeder Einheit, ich möchte heute Torwarttraining machen. Und eine andere Alternative gibt es auch noch, dass wenn du zum Beispiel alleine da bist, du arbeitest viel mit den Feldspielern, dann kannst du deinen Torhütern auch eigene Aufgaben machen, die sie zu zweit oder zu dritt, je nachdem, wie viele Torhüter du hast, selbstständig machen können. Entweder im athletischen Bereich, im koordinativen Bereich, auch Wurfserien etc. mit verschiedenen Materialien, mit Bierdeckeln, mit Tennisbällen arbeiten. Bereite deinen Torhütern was vor. Du kannst ihnen auch vor dem Training schon bereits ein Video schicken, eine PDF schicken. Oder sonst eine Sprachanricht schicken, wo du eine Übung erklärst, wo dein Torhüter schon wissen, okay, heute werden wir ungefähr 20 Minuten alleine arbeiten. Wir haben diese zwei, drei Übungen und die machen wir dann 100%. Also Trainingsplanung, super, super, super wichtig. Wenn du alleine nur die Punkte, und das ist jetzt nur der erste große Bereich aus diesem Video, beachtest, dann bin ich mir ziemlich sicher, wird dein Training schon richtig, richtig aufgewertet. Der nächste Punkt ist dann, beschütze deine Hallenzeit. Darüber hatte ich letztens auch schon mal ein komplettes Video gemacht. Aber ich möchte hier auch nochmal wichtige Punkte aus diesem Video eingreifen, falls du das Video noch nicht gesehen hast. Und ansonsten, Repetition, Wiederholung, ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich wiederhole das einfach so oft, bis das für dich ganz, ganz integriert ist. Der erste Punkt ist, du möchtest in jeder Einheit, im Optimalfall Athletik machen, Kraft, etwas in diesem Bereich, dass du im Thema Verletzungsprävention arbeitest, aber auch im Kraftaufbau, im Schnelligkeitsaufbau etc. Und diese Übungen können wir im Normalfall auch ohne Halle machen. Die Zeit in der Halle ist sehr, sehr beschränkt. Meistens sind das 90 Minuten, wo wir wirklich die Halle mit zwei Toren zur Verfügung haben. Aber ein bisschen Athletik, ein bisschen Kraft, können wir auch entweder in der Kabine machen, auf dem Flur machen, auf der Tribüne machen, auf dem Seitenstreifen machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also, triff dich mit deiner Mannschaft 15 Minuten vorher, bevor ihr euch normal treffen würdet, um 15 Minuten bereits schon mal in diesen Schwerpunkten arbeiten zu können und nicht die wertvolle Hallenzeit dafür zu verschwenden. Das ist natürlich nicht verschwendet, aber dadurch kannst du deine Hallenzeit einfach ein bisschen beschützen. Dann ist es ganz und ganz wichtig, dass du, wenn du normalerweise vor dem Training, du machst Ansprachen zum Beispiel zum letzten Spiel oder wie das Training aussehen wird etc., dass du dafür auch Zeit einplanst, dass das auch nicht von deiner Hallenzeit abgeht. Vielleicht trainiert die andere Mannschaft, die vor euch trainiert, die beenden dann noch ihr Training und in den letzten fünf Minuten, während die ihr Training beenden, hast du deine Ansprache zum letzten Spiel, du hast deine Ansprache zum heutigen Training, zum Schwerpunkt etc., was du von deiner Mannschaft erwartest. Dass auch das nicht von deiner Hallenzeit abgeht. Und der letzte Punkt ist Übungen ansagen. Das ist ein riesengroßer Punkt, den ich entweder bei Trainern sehe, die mir jetzt Trainingseinheiten schicken, wo ich entweder korrigiere oder Trainingseinheiten für den Coaching Club oder aber auch bei C-Lizenzprüfungen, wo man als Prüfer da ist. Viele Trainer tendieren wirklich dazu, Übungen lange, lange, lange zu erklären, einfach nur mit Worten zeigen, blablabla. Und sie haben sich nie wirklich Gedanken darüber gemacht, wie könnte ich meine Erklärungen optimieren. Und das ist ein großer Punkt. Wenn du in jeder Trainingseinheit nur fünf Minuten, weniger Quatsch, deine Übungen erklärst, dann addiert sich das über die komplette Saison zu einer unglaublichen Summe, wo du am Ende nur, wenn du das optimierst, mehr als eine komplette Trainingseinheit noch zusätzlich bekommst, nur weil du besser redest. Also nimm dir ein Taktikboard, nimm dir von mir aus ein iPad mit einem digitalen Taktikboard, was auch immer du brauchst. Nimm dir etwas zur Hand, das du erklären kannst und die Spieler gleichzeitig sehen können, worüber du redest. Das heißt, du kannst die Positionen da direkt drauf haben. Dann zeigst du einfach, die Spieler wissen sofort, auf welchen Positionen sie sich aufstellen müssen. Kannst du da einmal kurz den Ablauf zeigen und los geht's in die Übung rein. Dadurch ist eine Übung in 20, 30 Sekunden erklärt anstatt in 2, 3 Minuten. Ja, super, super, super wichtig. Dann kommen wir zum dritten großen Punkt. Ja, und das ist die aktive Trainingsteuerung. Enorm, enorm wichtig. Hier trennt sich wirklich so ein bisschen Spreu vom Weizen, ob du ein guter Trainer bist oder ein wirklich, wirklich exzellenter Trainer. Der erste Punkt ist, wenn du, wir sprechen jetzt einfach mal über Aufwärmspiele, aber es geht auch so rein mit den Grundübungen, Grundspiele. Wenn ein Spiel oder eine Übung für deine Abwehr zu leicht ist, du hast zum Beispiel Abwehrtraining, ist für die Abwehr zu leicht, dann musst du die Spielfeldfläche vergrößern. Die Abwehr hat mehr Fläche zu verteidigen und dabei wird es für die Abwehr schwieriger. Das heißt, auch in Aufwärmspielen, wenn du zum Beispiel einen Zehnerfanger hast und du merkst, okay, der Angriff, auf beiden Seiten, der Angriff kommt irgendwie nie zu 10 Toren, zu 10 Punkten. Es wird nicht richtig, die Abwehr ist immer deutlich stärker. Dann hast du vermutlich dein Spielfeld zu klein gewählt. Dann macht dein Spielfeld etwas größer. Dadurch hat der Angriff mehr Platz, sich freizulaufen. Die Abwehr hat einen größeren Raum, den sie verteidigen muss und das Spiel wird etwas kompetitiver. Genau andersrum ist es, wenn es für deinen Angriff zu schwierig ist, dann machst du die Fläche größer. Wenn es für deinen Angriff zu einfach ist, dann machst du die Fläche kleiner. Das heißt, guck erstmal, ob du einen Abwehr- oder einen Angriffsschwerpunkt hast und dann, ob du das Spielfeld richtig gewählt hast oder ob du es vergrößern oder verkleinern musst. Natürlich dann auch in einer Übung. Du hast zum Beispiel, wir haben eine Grundübung oder wir haben ein Grundspiel. Du hast da einen Abwehrschwerpunkt und für deine Abwehr, jetzt gerade passt alles so super, deine Abwehr groovt sich ein und dann kommst du zu einem Punkt, wo die Abwehr quasi jede Aktion gewinnt. Dann ist es Zeit, entweder in die nächste Übung, in die nächste Variante zu gehen, die schwieriger ist oder die Spielfläche etwas zu vergrößern, damit es dann wieder schwieriger für die Abwehr wird. Sehr, sehr wichtige Grundregel, die du dir merken solltest. Der nächste Punkt ist dann Sonderaufgaben. Du kannst wunderbar und wir können auch mal sagen Vorbelastung. In Aufwärmspielen kannst du wunderbar Sonderaufgaben überall mit reinbringen, entweder vor der Ballannahme, mit dem Ball oder nach dem Ball abgeben, nach dem Pass. Das heißt, vor der Ballannahme kann ich was machen, das heißt, jemand spielt mir den Ball zu und ich muss zum Beispiel einmal in die Hände klatschen und bevor ich den Ball fange. So was. Ich kann etwas während dem Ball haben, dass ich zum Beispiel Prellen verbiete, ist während dem Ball, Doppelpässe verbiete, ist während dem Ball, dass ich sagen muss, ich fange den Ball und ich muss einmal prellen, bevor ich den Ball spielen darf, aber ich darf auch nur maximal einmal prellen. Das heißt, auch das ist, während ich im Ballbesitz bin. Das macht es deutlich schwieriger, weil dadurch die Abwehr weiß, okay, ich muss einmal prellen. Die Abwehr hat die Möglichkeit, nahe zu kommen, den Ball rauszuspielen. Das heißt, im Angriff müssen wir lernen, wie wir mit unserem Körper und mit den Laufwegen etc. den Ball beschützen. Und dann kannst du natürlich auch noch Sachen nach dem Pass geben. Nach dem Pass, Klassiker, entweder eine athletische Belastung, Sit-Ups, Liegestütz, eine Pirouette, eine Linie anlaufen, eine Wand berühren etc. Das sind alles Sachen, die du vor, während oder nach bei Besitz machen kannst, um eine Übung komplexer zu machen, einmal fürs Gehirn, aber auch anstrengender für den Körper. Dann in Übungen und Grundspielen etc. Da kannst du dann auch noch wunderbar Auftakthandlungen oder vorgeschaltete Handlungen und Handlungen nachschalten. Dann ist es ein bisschen anders, aber es ist ähnlich. Das heißt, du kannst zum Beispiel, wenn du Passkontinuum hast, kannst du vor das Passkontinuum, kannst du eine Lauftäuschung machen. Du kannst eine koordinative Übung schaffen, wo du vielleicht einen Zweier-, Dreierkontakt durch eine kurze Leiter hast oder durch zwei, drei Reifen. Du kannst auch etwas Athletisches vorstellen, wo da ein Kasten ist und dann zwei, drei Sprünge gemacht werden müssen, dann in den Sprint gehen und dann Ballernahme. Das heißt, das sind alles Sachen, die du vor einer Aktion schalten kannst und nach einer Aktion kannst du dann Umschaltverhalten schalten, zum Beispiel wieder in die Abwehr umschalten, irgendetwas anlaufen, dann nochmal eine koordinative Übung machen, bevor ich mich wieder anstelle etc. Das heißt, da kannst du wunderbar, wunderbar sehr, sehr viele Sachen vor- und nachschalten, entweder in den Spielen, in klassischen Aufwärmen spielen, oder aber auch in Grundübungen und in Grundspielen. Dann ist der nächste Punkt, du kannst immer mehr Bälle hinzufügen, um mehr Aktionen, mehr Ballbesitze, mehr Ballaktionen zu bekommen, dadurch auch eine höhere Wiederholungszahl, mehr, mehr Laufen, mehr Aktionen für jeden Spieler zu haben. Du kannst ein Aufwärmspiel machen, du hast einen 10-Aufwärmen, du hast 14 Spieler mit einem Ball, weißt du ungefähr, wie das draufkommt, ein Ball, 14 Spieler. Du kannst aber auch die 14 Spieler in zwei Gruppen machen, zum Beispiel eine 6. Gruppe, eine 8. Gruppe, zwei Bälle, zack, auf einmal hast du die Ballaktionen verdoppelt. Die Spieler werden viel mehr laufen, die Spiele sind viel intensiver und jeder hat viel mehr Aktionen, viel mehr Erfolgserlebnisse. Das heißt, je mehr Bälle du hinzufügst, desto mehr Aktionen hast du, desto besser ist es für deine Wiederholungsanzahl. Genauso kannst du es auch in Übungen und Grundspielen machen. Du kannst diese Übungen und Grundspiele natürlich auch einfach häufiger aufbauen, dadurch hast du die Aktion doppelt, dreifach, vierfach, mehr Bälle rein, weil für jeden Aufbau dann natürlich auch noch einen Ball zusätzlich braucht und du hast mehr Wiederholungen geschaffen. Also da, wirklich gucken, bin ich jetzt gerade in einem Bereich, wo ich eine gute Wiederholungsanzahl, eine gute Bälleanzahl habe oder kann ich die Bälle noch irgendwie erhöhen? Natürlich, wenn wir einen 10er fangen haben und wir haben es dann so erhöht, dass wir nur noch 2 gegen 2 spielen, dann könnte sein, dass das ein bisschen das Ziel, den Zweck von dem Spiel verfälscht und wir dann ein bisschen höher gehen, dass wir zumindest 4 gegen 4 spielen, weil das deutlich besser für das Spiel ist. Das heißt, da immer ein bisschen mit Verstand dran. Wenn etwas nicht funktioniert in deinem Training, ist das überhaupt kein Problem? Du hast dir Gedanken gemacht, heute funktioniert irgendwas nicht. Ich hatte im ersten Punkt Trainingsplanung darauf auch schon hingewiesen, dass du dir direkt Alternativen überlegst. Das heißt, wenn irgendwas nicht funktioniert, ja, brauchst kein Ego als Trainer haben. Brauchst nicht sagen, ich habe mir diese Übung ausgedacht, jetzt funktioniert das nicht, jetzt meine Mannschaft ist doof, schreist ein bisschen rum und guckst, bis deine Übung funktioniert. Wenn sie nicht funktioniert, bist du sauer? Bringt überhaupt nichts. Wenn etwas nicht funktioniert, guck, was du ändern kannst, damit es funktioniert, damit deine Spieler trotzdem Fortschritte machen. Deine Spieler hassen dich nicht, die machen die Übung nicht extra falsch, sie machen so gut, wie sie es gerade können, wie du es ihnen in der Vergangenheit beigebracht hast. Das heißt, übernimm Verantwortung, wenn etwas nicht funktioniert, verändere irgendetwas, mach die Übung leichter, ändere ab, mach vielleicht eine Alternativübung, die du geplant hast, einfach nur, dass du weiter daran arbeiten kannst, dich in diesem einen Schwerpunkt oder deine Mannschaft in diesem einen Schwerpunkt zu verbessern, macht überhaupt gar nichts. Und der letzte Punkt hier ist dann, wenn eine Übung zu leicht ist, dann lass die Übung nicht einfach lange, lange durchlaufen, sondern agiere schnell und erhöhe den Schwierigkeitsgrad. Da müssen wir als Trainer auch wirklich mal gucken, überlegen, es ist gut, wenn wir zum Beispiel eine Abwehrübung haben, die Abwehr jeden Zweikampf gewinnt, jede Aktion gewinnt, dann können wir sagen, okay geil, meine Abwehr ist gut und ich jubel meiner Mannschaft jedes Mal zu und wir haben richtig geiles Abwehrtraining gemacht, aber es gibt ja auch noch ein Level danach. Wir können dann die Schwierigkeit erhöhen, habe ich ja schon gesagt, mit Spielfläche vergrößern, vielleicht den Spieler entfernen, Einschränkungen der Abwehr geben oder mehr Freiheiten für den Angriff, dass es für die Abwehr schwieriger wird, weil mir bringt es nichts, wenn ich 40 geile Abwehraktionen feiere, im Spiel, die Angreifer aber deutlich, deutlich besser sind, mehr Variationen haben, als das, was wir im Training trainieren. Im Optimalfall ist deine Trainingsqualität höher, als das, was deine Spieler im Spiel dann nachher verteidigen müssen. Also dann, wenn etwas zu leicht ist, möglichst schnell den Schwierigkeitsgrad erhöhen, bis wir an den Punkt kommen, wo es wieder sehr kompetitiv ist, bis die Abwehr durch dein Coaching die Oberhand wieder gewinnt, dann können wir wieder erhöhen. Ja, so geht es immer weiter, dass wir wirklich aktiv das Training steuern, weil das Nummer 1 Ziel von uns als Trainer, von jedem Spieler ist es, dass wir uns verbessern wollen. Da hilft es nichts, wenn wir einfach nur 30, 40 geile Aktionen machen, aber nichts mehr dazulernen. Wir wollen uns verbessern. Der vierte Punkt ist dann, beste Korrekturen von dir als Trainer. Ich hatte eingangs auch schon einmal gesagt, dass der Fortschritt deiner Mannschaft wird bestimmt durch die Wiederholungsanzahl, dann durch die Quantität, die Anzahl deiner Korrekturen und die Qualität deiner Korrekturen. Und hier ist jetzt wirklich Quantität und Qualität gefragt. Überlege dir vorher in der Trainingsplanung, was du korrigieren möchtest. Wenn du nicht genau weißt, wie es optimal aussieht, dann hol dir Wissen von irgendwo, dass du genau weißt, was du korrigieren möchtest und wie es aussieht. Dann positionierst du dich genau dort, wo du nur den Fokus auf diese 1, 2 Korrekturen hast und dann los geht's. Jetzt kommt Quantität und Qualität, korrigieren, korrigieren, korrigieren. Das meiste werden individuelle Korrekturen sein, wo du mit einem Spieler redest, der das Feedback bekommt und dann die Übung direkt wieder umsetzt und dann wieder ein Feedback bekommt, ob es jetzt besser ist oder nicht. Und wenn etwas ganz, ganz schlimm läuft oder wenn du merkst, dass den gleichen Fehler 4, 5, 6 Spieler haben, dann kannst du auch einmal das Training kurz unterbrechen, eine globale Korrektur geben für alle, dass es dann nicht so kleinteilig ist, dass du nicht jedem immer das Gleiche sagen musst, sondern es einmal für alle korrigieren. Ganz, ganz wichtig. Beschränke dich wirklich auf die 1, 2 geplanten Schwerpunkte. Ich weiß, ich habe es schon einmal gesagt, aber das ist super, 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 super wichtig. Ja, 1, 2 Schwerpunkte, hoher Fokus in diesen Bereichen, ganz viel Wachstum, ey, du hast ganz viele Trainingseinheiten über die ganze Saison. Wenn du in jeder Saison, äh, in jeder Saison, wenn du in jeder Einheit ein Thema so, so, so fokussierst, bearbeitest, verspreche ich dir, wirst du an einem Thema höchstens ein oder zwei Einheiten arbeiten, kannst dann zum nächsten Thema fortschreiten und so wirst du nach und nach über die Trainingswochen, über die Trainingsmonate deine Mannschaft einfach nur sehen, wie sie so viele Fortschritte in allen Bereichen macht und dann kommt wirklich dieser Effekt, dass du eine Mannschaft, wo ihr vielleicht im ersten oder im zweiten Spiel noch knapp gespielt habt, knapp gewonnen, unentschieden, knapp verloren, in der Rückrunde auf einmal mit 10, 15 Toren aus der Halle fegt. Ja, das macht den Unterschied zwischen Trainern, die so da sind, mal ein bisschen nach Gut und Laune Training machen und Trainern, die ganz gezielt einen nach einem anderen Schwerpunkt verbessern. Nichts anderes. Wichtig ist, dass du dich nah bei den Spielern positionierst. Das hatte ich auch schon einmal gesagt in der Trainingsplanung, kannst du schon mal einzeichnen, wo du dich positionierst. Je näher du an den Spielern dran bist und auch im Blickfeld, das heißt am besten so, dass sie dich sehen können und nicht nur von hinten korrigieren, desto effektiver ist die Korrektur. Und desto schneller kannst du mit ihnen sprechen, desto weniger kann irgendwie verloren gehen über eine Entfernung in der Halle. Das heißt, positioniere dich nah an den Spielern. Du bist nicht ein Trainer, der irgendwo auf der Bank sitzt und von dort an korrigieren zum Recht außen gibt, der auf einer ganz anderen Seite ist. Nein, du bist nah dran und gibst dort Korrekturen. Und ähnlich wie mehr Bälle ist gleich mehr Wiederholungsanzahl, ist auch mehr Trainer und Helfer ist eine bessere und individualisierteste Korrektur. Wenn du alleine bist und du auch überhaupt gar keinen in deinem Umfeld hast, gut, müssen wir deinen sauren Apfel beißen. Vielleicht hast du Helfer, Co-Trainer dabei, dann gib denen auch ja wirklich aktiv Korrekturschwerpunkte, sag ihnen, worauf sie achten müssen, wie das aussehen muss und am besten auch, wo sie sich positionieren, wenn sie selber noch nicht so erfahren sind als Trainer, dass sie dich darin unterstützen, deine Mannschaft sehr, sehr gut zu verbessern. Und wenn du alleine bist, aber in deinem Verein es eigentlich noch ein paar Leute gibt, dann sprich dein Verein doch einfach mal an, ob sie nicht mit dir zusammen noch einen Co-Trainer, einen Helfer etc. suchen können, einfach um die Korrekturqualität zu erhöhen durch das komplette Training. Der letzte Punkt ist dann jetzt Coaching wie im Spiel und das ist eine Sache, die sehe ich in den wenigsten Hallen, aber das hat einen der riesigsten Vorteile. Im Spiel als Trainer bist du ja, ich würde jetzt einfach mal davon ausgehen, dass du im Spiel ein bisschen aktiver bist als im Training. Wenn irgendwas in der Abwehr nicht passt, dann verbesserst du die Abwehr, wenn irgendwas im Angriff nicht passt, schaltest du dich da ein, du wirst laut, du sprichst mit deinen Spielern, du regst dich vielleicht über den Schiri auf, du sprichst mit den anderen Spielern, du sprichst mit dem Publikum, du bist aktiv, du bist 60 Minuten Volleinfeier und willst gewinnen. Im Training sieht es beim meisten so aus, dass die Herren sind gechillt, gucken mal hier, gucken mal da, bla 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 und es ist gar nicht so der Fokus, weil es gerade nicht um Punkte geht. Aber wenn du im Training genauso coacht und genauso korrigierst, genauso viel Feuer hast, wie im Spiel und vor allem die gleichen Kommandos benutzt, im Spiel haben wir ja nicht die Zeit, das Spiel zu unterbrechen und zu sagen, okay, geh mal du hier, du da hin, sondern wir arbeiten ja meistens mit Kommandos, wenn wir die Abwehr zum Beispiel korrigieren, sagen wir nur Namen, gehen einen Schritt vor, antizipieren, Ballweg, Laufweg etc. Solche Kommandos sagen wir ja, aber wenn du die nur im Spiel machst, dann haben deine Spieler nur jede Woche 60 Minuten Zeit, sich an deine Kommandos zu gewöhnen, wenn du genau so auch im Training coacht. Du hast Abwehrübungen, arbeitest in der Abwehr mit den gleichen Kommandos, mit der gleichen Intensität wie im Spiel. Du hast ein Zielspiel und korrigierst da die Abwehr und den Angriff mit den gleichen Kommandos, mit der gleichen Intensität wie im Spiel. Dann hat deine Mannschaft auf einmal jede Woche zwei Einheiten oder drei Einheiten plus ein Spiel Zeit, sich an dein Coaching zu gewöhnen, dein Coaching zu integrieren und das dadurch im Spiel auch viel, viel schneller umzusetzen. Wenn du jede Übung so angehst, als würdest du hier, jetzt gerade wie im Spiel, um Punkte gehen, um zwei Punkte gehen, die du nach Hause holst, glaub mir, wie hoch auf einmal die Motivation, einfach der Spirit, das Umfeld in deinem Training ist, im Gegensatz zu, wenn du das locker angehst. Natürlich, wir haben alle verschiedene Trainer, Persönlichkeiten, wir können lockere Trainer sein, wir können aber trotzdem genauso coachen und ein bisschen Intensität reinbringen, Wettkampf reinbringen, genauso wie im Spiel. Das wird sofort von deiner Mannschaft reflektiert und dadurch alleine wird deine Trainingsqualität extrem, extrem gesteigert. Und das waren auch schon die fünf wichtigsten Punkte, die dein Training aufs nächste Level heben würde. Die würde ich ab sofort, sofort integrieren und wenn du das umsetzt, dann wird bereits dein nächstes Training schon deutlich, deutlich, deutlich wertvoller. Und damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut. Ciao, ciao.